Ja, setzen Sie sich am besten mit in den Sandkasten. Deswegen ist es ja auch ein Förderprogramm, Städte-Bau-Förderprogramm, sonst würde es ja ganz reinkommen. Da gibt es ja auch auf Landesebene auch solche Unterstützung. Ja, das ist ja das Programm. Wir kriegen Landesunterstützung. Und nur mit einer ganz bestimmten Unterstützung. Ja, setzen Sie sich am besten mit in den Sandkasten. Das Landesprogramm heißt Soziale Stadt. Ja, es könnte ein bisschen flotter laufen. Das muss ich auch lernen. Ich komme nicht aus der Verwaltung. Das muss ich auch lernen. Das ist ein Abstimmungsprozess. Mama! 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 Ja, ich gebe mal eines zum Probieren, ja? Wenn meine Frau ist ja hier. Wollte ich mal zurücktreten von der Bahnsteigkante. Ja, ja, klar. So. Ja, blättern Sie mal. Blättern? Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das war meine erste Handskizze. Das war quasi der Ursprung. Und wir holen uns das dann vom Land wieder. Also die Stadt. Also operative Abwicklung über die Stadt und dann die finanzielle Absicherung über das Land. Ja, und Land und Bund. Ja, die sind hier drin. Ja, die Landeshauptstadt auch. Es wird immer 40 Prozent vom Land und 40 Prozent von der Stadt und 60 Prozent von Bund und vom Land. Das läuft unter Städtebefolgung. Das ist hier das Logo. Ich weiß, macht das Ding allein, oder? Ja, das dauert aber ein Jahr. Aber dann muss auch irgendwas rein. Ja, man kann das da reinmachen. Geht auch alles ohne. Das sind Kompostbeschleuniger teilweise. Gibt es auch Würmer. Gibt auch Kompostwürmer. Ein Freund von mir hat ein Internetkompost. Ich glaube, der steht, glaube ich, sowieso. Ich glaube, der steht, glaube ich, sowieso. Ich glaube, der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht. Der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht. Ich glaube, der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht, glaube ich, der steht. Und da sind die Bienen zu Hause hinter dir. Guck mal, da ist das Bienenhaus. Hinter dir. Ja, hinter dir. Da. Da. Pass mal an. Sag mal Hallo zu den Bienen. Ja, setzen Sie sich am besten mit in den Sandkast. Da war es ja zum Spielen. Und so ist es halt. Ja, die Experten. Und wir haben nicht gedacht, dass das hier in der Tier sind. Ja, das ist egal. Ja, das ist egal. Nee, nee, deswegen. Deswegen ist das eigentlich ideal. So ist eigentlich ideal für so ein kleines Kind. So ist eigentlich ideal. Ja, das ist so wahrscheinlich. Ja. 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 Ja.